Die Arbeit mit Kindern ist ja ohnehin total besonders, aber mich berührt manchmal und so ein Ereignis hatte ich gar nicht so lange her, wenn Familien, die sehr einfach sind, eine Familie, die sprach überhaupt kein Deutsch und sie musste alles über Diabetes Typ 1 lernen, was so wahnsinnig kompliziert ist und wir haben viel Zeit zusammen verbracht, teilweise mit einem Dolmetscher und ich weiß, dass die Familie wenig Ressourcen hat, wenig Geld und am Ende habe ich dann gesehen, dass es gelang und das Mädchen das gut konnte und die Mama sie gut unterstützen konnte und auch diese Familie, wie viele andere Familien, die wenig Geld haben, haben mir ein tolles Geschenk mitgebracht und das finde ich einfach wundervoll als Dankbarkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017